Ich bin am Ende angekommen und mache jetzt die letzte Reihe. Den bunten Faden habe ich abgeschnitten und genug Länge gelassen, dass er noch einmal durchpasst, dass er oben verknotet werden kann und dass auch noch entsprechende Länge für Fransen da ist und habe ihn dann in eine Stopfnadel gefädelt. Mit der Stopfnadel gehe ich jetzt wie gehabt die Reihe im Webverfahren immer im Wechsel oben und unten nach oben. In der Lücke ist jetzt viel Spannung, deshalb ist es auch ein bisschen knifflig, da durchzukommen, aber das kriegt man schon hin. Oben am Rahmen ist es ganz besonders schwierig, aber auch das klappt natürlich. Die Geschwindigkeit habe ich ein bisschen schneller gestellt, damit es nicht so langweilig zum Gucken für euch ist und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, wie ich danach weiter verfahre. Ich habe mir Fransen zugeschnitten, eine ganze Menge. Ich persönlich finde es schöner, wenn nur in jeder zweiten Reihe eine Franse ist. Da ist das nicht so mächtig, aber das ist natürlich Geschmackssache und die Fransen zeige ich gleich nochmal. Die sind schon fertig und liegen parat und ich bringe die an, wenn das Tuch noch auf dem Rahmen ist. Dann knote ich die an. Also wie das geht, brauche ich glaube ich nicht zeigen. Das kann sich jeder selber denken. Auf die Stopfnadel durch und verknoten.